Es ist wieder Zeit GAME ING zu schauen! Tag Leute! Willkommen zu GAME ING! Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute kümmern wir uns um die Darksiders 2 Definitive Edition. Für die PS4 habe ich das hier schon mal und starten auch gleich mal ins Spiel. Und ich sage deswegen, Start! Und was ich von diesem Spiel halte, wie es mir gefällt und ob sich was verbessert hat zur normalen PS3- oder Xbox-Fassung, sehen wir hier. Oder auch nicht. So, und ich bin jetzt gerade mitten im Kampf, was natürlich super ist für den Anfang. Wir sind ungefähr zwei Stunden im Spiel und haben die Mechanik natürlich beibehalten. Es steuert sich so wie der erste Teil. Für alle, die nicht wissen, wie es sich steuert ist, wir haben eine Art God of War Gameplay mit einem leichten und einem schweren Angriff. Und wir können auch zur Seite wegrollen, können Gegner anvisieren und haben eine Spezialattacke, die ich euch auch bei Zeiten zeigen werde. Wir können hier mal ganz kurz die Schwerattacke auspacken. Da habe ich jetzt so Clown. Das hängt immer davon ab, welche Sekundärwaffe wir haben. Und jetzt kann ich mal mit denen angreifen. Zack, ich nehme natürlich immer die beste Waffe mit, die ich gerade finde. Wir finden einige Waffen wie in Diablo, die auch Elementarschaden machen können und haben verschiedene Geschwindigkeiten zu den Waffen. Also so ein schwerer Hammer lässt sich natürlich bei weitem nicht so schnell führen wie solche Boxhandschuhe da. Tja, schlechtere Waffen nehme ich dennoch mit, denn die kann ich später verscherbeln. Und hier sehen wir gerade schon das erste Problem. Der Kollege ist zwar super am Klettern, aber er kann nur 10 Zentimeter weit springen. Das finde ich nämlich nicht so geil. Und sowas finde ich auch wahnsinnig unschön. Ich komme hier nicht rüber. Es könnte natürlich sein, dass es daran liegt, dass ich noch keinen Day One Update habe. Weil das Spiel ja noch zu jetzigen Aufnahmezeitpunkt gar nicht erschienen ist. An diesem Freitag, wo ihr das vielleicht seht. Und ich habe dieses Spiel schon auf der PS3 gespielt, weil ich den Vorgänger sehr mochte, wo man noch Krieg gespielt hat. Hier spielen wir ja Toad, der seinen Kollegen Krieg, dessen Hals aus der Schlinge ziehen will. Weil der ja im ersten Teil beschuldigt wird, Krieg die Apokalypse zu früh ausgelöst zu haben. Und da sind ein paar Leute ganz schön pissed gewesen. Und wir haben auch Ladezeiten. Das ist auch nicht so geil. Wir haben zum Teil echt random Ladezeiten, Frame Dropping. Aber das kann sich alles noch verbessern. Wie gesagt, wir haben noch kein Day One Update. Welches ich sagen muss, diesen Trend finde ich nicht gut. Was ich dafür sehr gut finde, ist die Optik. Ich mag dieses leicht Comic mäßige, gezeichnete Texturen. Wir können auch hier mal gucken. Die sind natürlich nicht so scharf, wie sie sein könnten für ein PS4 Spiel. Es ist wie gesagt ein Remake. Es wurde nicht komplett neu gebaut. Es wurde nur einmal gepolished. Und wen haben wir denn hier? Und noch einen gefallen. Natürlich kannst du das. Was ist es denn dieses Malbuch? Ein Kompass, der mich zu vielen Wundern führte, als ich noch jung war. Ich dachte, er sei verloren, so wie der Tempel. Da du aber nun einen gefunden hast, folgt der andere. Nun gut. Und der Schatten ist auch noch nicht so wütsch, weil man jetzt guckt bei mir auf dem Rücken. In den Nahaufnahmen sieht es nicht so geil aus. Es hat so Artefakte. Hier sieht man es jetzt schön. Ich konnte ihn nur einen Zoll bewegen, bevor meine Nerven nachgaben. Die ganze Zeit spürte ich, wie Muria mich beobachtete. Also so bei manchen Sachen fehlt mir noch das Polish. Und ich bin da sehr geteilter Meinung gegenüber diesem Spiel. Denn prinzipiell finde ich es cool. God of War Gameplay im Kampf finde ich super. Das Erkunden kleine, nichts nennenswerte Rätsel, die eher nerven, weil sie sich oft wiederholen. So jetzt kann man hier mal so einen Zauber machen. Ich beschwöre dann da so Google, die mittlerweile auch Feuerschaden machen. Ich kann ja gleich mal auf den Skilltree, den Fähigkeitsbaum eingehen, wie man auf gut Deutsch sagt. Und die Kamera im Kampf ist manchmal sehr, sehr, sehr unübersichtlich. Was das präzise Ausweichen echt schwer macht. Zum einen, weil er auch in den Bewegungen nicht sonderlich flüssig ist. Es kann natürlich auch sein, dass ich einfach zu doof bin. Aber die größten Kritikpunkte sind, die Bewegungen sind zum Teil sehr cool. Beim Klettern flüssig, schnell, so wie man das gerne hat. Zum anderen finde ich es blöd, ich kann nicht sprinten. Er bewegt sich nicht sonderlich schnell, trotz dass er rennt. Ich kann zwar den hier machen, aber wenn ich das dreimal gemacht habe, macht er so... Stoppt er immer kurz. Und das finde ich nicht geil. Und hier sehe ich doch schon eine Truhe. Ist die unten? Ist die hier hinten, oder? Nope. Wo ist diese Truhe? Ist die oben? Ist die über mir? Scheinbar. Oder ist die in diesem Wasserbecken, dass ich darunter wegtauchen kann? Oh, nein. Es ist nicht sonderlich tief. Ja, und das waren eigentlich so meine Kritikpunkte an dem Spiel. Echt unübersichtlich manchmal im Kampf. Und hart auf den Sack bekommt. Und man wird auch immer leicht gestunt, wenn man getroffen wird. Was so ein bisschen den Fluss aus seinem ganzen Gameplay nimmt. Was nicht so schön ist. So, wir können auch hier neues Gimmick. Das gab es im ersten Teil noch nicht. Den habe ich übrigens auch sehr weit gespielt. Ich weiß nicht, ob ich ihn komplett durchgespielt habe. Ich glaube nicht. Ich bin da kurz vorm Ende. Konnte man das noch nicht. Ansonsten ist das Gameplay relativ gleich. So, können wir das hier kaputt machen. Dann machen wir alles kaputt. Vielleicht kommt da noch was zum Vorschein. Das scheinbar nicht. So. Und er hat so eine Kugel. Und mit dieser Kugel, manchmal gibt es auch nur Kugeln. Öffnen wir eben so Türen. So, wunderbar. Hauen da ab. Haben diese Tür geöffnet. Nicht sonderlich einfallsreich. So. Bevor wir uns in das nächste Getümmel stützen, zeige ich euch doch mal den Charakter. Ausrüstung haben wir noch nicht so viel. Wir haben nur die Pistole. Die Asche. Unser Rabe. Und unser Pferd Verzweiflung. Dann haben wir hier verschiedene Sensen, die wir finden können. Hammer. Rüstung für die Schulter. Für die Arme. Für die Beine. Talismane. Etc. PP. Gut. Dann haben wir hier unseren Skilltree. Da bin ich jetzt hier unter Nekromant ein bisschen gegangen. Todesbeschwörung. Da kann ich jetzt eben so Gule machen. Die brennen mittlerweile auch halt ein bisschen mehr aus. Und ich bekomme ein paar Punkte zurück. Genau. Dann haben wir noch eine Karte, die uns leider nicht viel bringt. Denn sie sagt uns nicht, wo wir hin müssen. Was häufig zu unnötigen Rumgeräne führt. Leider. So. Beschweren die mal wieder. Wenn die ordentlich unter dem Gegner beschwört, kann man da auch noch ein bisschen extra Schaden mitmachen. Was ganz nice ist. Die Gegner sind... Diese Gule sind halt besonders cool, wenn man in einem Bossfight ist, habe ich festgestellt, um die kleinen Gegner abzulenken. Wir können auch hier ballern, aber das Ding macht dir überhaupt keinen Schaden. Hat es aber gelangt. Wir können natürlich auch, wie im ersten Teil schon, in so einen Reaper-Modus schalten. Wo wir ein bisschen mehr Schaden machen. Beziehungsweise ordentlich Schaden machen. Und jetzt hoffentlich kommt eine Kletterpassage. Die würde ich nämlich auch gern zeigen. Weil damit habe ich leider auch noch so ein bisschen meine Probleme. Das sind Kleinigkeiten und Stellschrauben, die man hoffentlich noch wegkriegt. Aber ich befürchte fast nicht. Das sind gute Ansätze. Viele Sachen, die man sich halt von woanders bedient hat. Wie Prince of Persia, God of War. Zelda ist ein bisschen drin. Diablo mit dem Loot-System. Aber es funktioniert leider alles nicht so flüssig. Auch wenn es dem vermag. Zum Beispiel kann ich hier eine Sache zeigen. Wenn ich hier hochgehe, er bleibt da noch ein bisschen dran hängen. Das finde ich nicht so geil. So, dafür ist das ganz cool. Zack, da kommen wir nicht wieder zurück. Da sind wieder böse Leute. Und es ist halt wört, dass die Kamera manchmal sehr nah ran gesucht ist. Wenn man halt Gegner von hinten nichts sieht. Und man da nicht ausweichen kann. Jetzt bin ich ausgewichen, aber es hat nicht gelangt. Auch hier. Wie soll ich hier gucken, wo ich bin? Aha. Ich habe mich im Busch versteckt. So. Wenn ihr euch fragt, warum ich affe mich nicht heil. Ich spare mir diese Heiltränke, weil man nicht so viele von denen findet. Gerne auf. Kann ich mit dem hier nicht auch. Kann doch sowas hier. Das macht es kaputt. Wunderbar. Hat er da einen Hebel. Was machen wir mit diesem Hebel? Den drücken wir natürlich. So, bring das Ding mal in Position. Achso. Das war schon alles. Gut. Dann gehen wir hier an diese Wand. Da können wir klettern. Und das Sprungverhalten ist manchmal echt nicht präzise. Vor allem wenn ich nach oben oder nach rechts möchte. Da muss man immer sehr genau gucken, selbst wenn man aufpasst. Stehe ich jetzt richtig? Gehe ich nach oben oder gehe ich nach rechts? Da ist die Toleranzgrenze leider oft zu gering. Was nicht so toll ist. So. Okay. Was kommt jetzt? Die machen wir doch mit dem hier kaputt. Ah, das kann der jetzt nicht. Kann der auch normal austeilen? Ich weiß es nicht. Es scheint zu funktionieren, würde ich behaupten. Kann ich auch normal? Ah, ich kann auch mal einschlafen. Okay. Nice. So. Also die Umgebung ist wirklich fabelhaft. Gefällt mir sehr gut. Und das hat schon seine Stimme. Also das will ich dem nicht absprechen. Nur technisch ist es halt leider nicht das Gelbe vom Ei. Okay. Und jetzt guck ich mal. Fünf Minuten haben wir noch. Ich werde auch wahrscheinlich einen zweiten Teil zu der ganzen Geschichte machen. Denn das Spiel verdient es. Ich kann ja auch mal, während wir hier langsam vor uns hinfahren. Oh, da ist eine Truhe. Eine ganz besondere Truhe ist sogar. Die nehmen wir natürlich mit. Nämlich in der Definitive Edition kommt ja auch noch etwas Bonus Content. Und zwar einiges. Also wir können auch über Start gedrückt halten, können wir die Sachen gleich ausrüsten, was eine sehr intelligente Neuerung ist. Und mir auch schon in Diablo 3 sehr gut gefallen hat. Wir bekommen nämlich noch zig Amors dazu und Waffen, die ich jetzt nicht alle vorlese, weil ich die Sachen auch nur zur Hälfte richtig aussprechen werde. Aber die habe ich noch nicht gefunden. Ich weiß nicht, wo es die gibt. Ob ich die dann kaufen muss in Game oder. Ich dachte eigentlich, ich bekomme die so als Startbonus in anderen Spielen. Dem ist aber nicht so, was aber nicht unbedingt schlecht sein muss, weil häufig ist dann nämlich sowas nicht lange cool, sondern wirklich nur für ein paar Minütchen. Da unten ist noch etwas Besonderes. Das merke ich mir. So. Hier. Auf die Sachen müssen wir schießen. Zack. Die explodieren. Und das hat manchmal schon ganz witzige Rätsel. So. Wieder Kugel rein. Nein. Und das ist leider sehr häufig als Rätsel. Schieb einfach eine Kugel in so eine Mulde. Und das manchmal in der richtigen Reihenfolge. Bin ich jetzt gestorben? Nein. Die Kugeln füllen sich übrigens auch mit der Zeit immer wieder auf. So. Jetzt sind wir drauf gegangen. Sagen Neustart. Die Checkpoints und Rücksetzpunkte sind manchmal auch nicht so geil gelöst. Was ich schade finde. Aber damit muss ich wohl leben. Ansonsten kann man sagen. Es ist mittlerweile von Nordic Games gepublished. Ist die PGI-Version, die wir hier sehen. Aber mit deutschem Text. Also kein Problem. Würde ich behaupten. Ah ja. So. Jetzt versuchen wir das nochmal. Und ich habe ja vorhin gesagt, ich benutze keine Heiltränke. Nur bei Bossgegnern. Denn jetzt ist wieder alles aufgefüllt. Schön. Hoffe ich doch mal, dass sich das jetzt nicht geändert hat. Und ich kann die Heiltränke in einem Bosskampf benutzen. Wo es deutlich mehr Sinn macht. So. Ich kann hier einfach nicht weg von denen ordentlich. Und habe schon wieder hart auf den Sack bekommen. Das sind einfach Stellschrauben, die noch gelöst werden müssten. Aber ich sage mal so. Ich glaube, die Version wird nur 30, 40 Euro kosten. Und wer auf das Kampfsystem Bock hat. Und über die Kleinigkeiten hinweg sehen kann. Wo ich sagen muss, das kann man schon machen. Okay. Wahrscheinlich müssen wir das Ding jetzt da hinwerfen. Draufballern. Und jetzt haben wir da geöffnet. Kommen hier an die Truhe ran. Und was erwartet uns? Ein Schlüssel. Wunderbar. Damit können wir eine Tür öffnen. Kennen wir alles. Nichts besonderes. So. Das ist gar kein Problem. Mit diesem Schlüssel. Jetzt gehen wir aber erstmal hier runter. Hm. Hm. War hier nicht noch was. Doch. Okay. Okay. Wie, wie kann ich das hier mir aneignen? Das ist doch was zum Einsammeln oder nicht? Ich bin da überfragt. Jetzt muss ich doch einsammeln können. Okay. Vielleicht doch nicht. Ich habe keine Ahnung was es ist. Ich dachte das wäre was zum Sammeln. Dem ist wohl nicht so. Jetzt sehe ich, wir haben noch eine Minute. Dann sagt die Kamera auf Wiedersehen. Und deswegen würde ich auch so langsam sagen, das waren jetzt ein paar Minuten in Darksiders 2, der Definitive Edition für die PS4. Ähm. Ich würde auf jeden Fall noch ein Video machen, welches ihr in ein paar Tagen dann natürlich sehen werdet. Wie gewohnt. Und da werde ich nicht so die Review Schiene fahren. Und damit sage ich, das war's von Game Inc. Dem mehr oder weniger Review zu Darksiders 2 der Definitive Edition von Nordic Games. Nur um es nochmal gesagt zu haben. Ich habe Spaß mit dem Spiel. Genauso viel wie ich mich darüber aufrege. Bei Mechaniken leider nicht gut funktionieren. So wie sie sollten und wie man es schon in anderen Spielen besser gesehen hat. Aber macht euch selber ein Bild. Es wird nicht so viel kosten hoffentlich. Und wenn da noch mit ein paar Patches und Updates es technisch verbessert wird, ist das auf jeden Fall ein Spiel, welches sich durchsetzen könnte durch die ganzen anderen Ego-Shooter, die jetzt kommen. Kommt am 27. Oktober raus. Und bis dahin wünsche ich euch viel Spaß beim Zocken. Und in ein paar Tagen wird es auch Teil 2 geben. Bis dahin und bis auf da. Bis dahin und bis dahin. Bis dahin. Vielen Dank.